Hallo, ich bin Veronika Habich-Labe. Ich bin seit 2009 hier an der wunderschönen Goldberg-Klinik mit 200 Planbetten, war anfangs im OP und dort auch Praxisanleiterin und bin jetzt seit über drei Jahren in der Pflegedirektion. Gemeinsam mit unserem Praxisanleiter-Team haben wir uns das Ziel gesteckt, eine moderne, innovative und kreative Ausbildung zu bieten und im Landkreis aufmerksam zu machen auf diesen tollen Ausbildungsberuf. Und das haben wir schon ganz erfolgreich geschafft. Wir konnten so fast unsere Ausbildungsplätze verdoppeln in den letzten drei Jahren. Ganz tolle Auszubildende gewinnen und auch beispielsweise von zwei Buchtis auf sieben wunderbare Buchtis in diesem Jahr erhöhen. Wir wollen deswegen Teil der Kampagne werden, weil wir es in unserem wunderschönen Landkreis schon geschafft haben, mehr Leute für diesen Pflegeberuf zu begeistern und das wollen wir jetzt bundesweit umsetzen mit euch. Wir sind bereit, euer Team Goldberg! unter den disturb taraft, frente mit einem Herz которой schon über das Gefühl der Stichember took mächtet Vielen Dank.